Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stray. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter. Auf jeden Fall an der Stelle danke an alle Unterstützer und Supporter, die die letzten Videos unterstützt haben mit einer Bewertung, mit einem Kommentar. Gerne weitermachen, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, auch für den Algorithmus. Ein bisschen Action machen, Freunde, ihr wisst Bescheid. Und ja, wir folgen jetzt hier erstmal Seamus und schauen mal, ob er vielleicht auch mal was dazu beitragen kann, dass wir seinen Vater finden. Wir werden sehen, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, bisher chilliges Game, schönes Game auf jeden Fall. Macht schon Spaß. Kann man auch wieder mal machen, ne? Das muss sein, er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein, ich muss es wissen. Auf geht's. Na klar. Und, Freunde, auf jeden Fall beim Gewinnspiel von meinem Partner mitmachen. Könnt ihr ein Game auch erwahlgewinnen oder Guthaben. Ja, zum Beispiel Playstation Guthaben, dann holt ihr euch Playstation extra, zockt das Game selbst oder irgendwas anderes. Einfach mal abchecken. Okay, das sieht schon ganz anders aus. Okay. Und ich sollte als kleine, mini, süße Katze rein, alleine? Er muss sich sicher sein und wir gehen alleine rein? Okay. Was ist hier los? Was ist hier los eigentlich? Das stellt sich direkt wieder die Frage, die ich mir öfters stelle bei manchen Spielen oder bei vielen Spielen. Ah, ne, er kommt sogar mit, aber er hat richtig Schiss. Kann man auch verstehen. Aber auch hier sind wir wieder so ein richtiger Laufbursche, Mann. So ein richtiger Laufbursche. Na, hast du Schiss? Er hat Schiss, er hat richtig Schiss. Sieh dir all die Surgeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ja, dann bleib zu Hause, Mensch. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurgs werden mich ganz sicher erwischen. Hier nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Tatsächlich. Er bleibt zu Hause hier. Ah, das ist so. Ich werde dir die Tür öffnen. Das ist ja wohl das Mindeste. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich frech. Schämst du dich nicht? Ui, okay, was geht ab? Was haben wir hier Schönes? Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich an... Sorry, ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Keine Ahnung. Diese Trennung war das auch irgendwie so, dieses Cyberpunk-mäßige, typische Zukunftsding, ne? Und wo die Penner oben die Reichen. Ja. Haben wir es schon öfters gesehen, ne? Das ist ein schönes Spiel, Mann. Oh, scheiße. Das ist eine Sackgasse. Okay. Das ist echt ein schönes Spiel. Wird er angetäuscht? Kommt doch, kommt doch. Frische Katze! Frische Katze! Was war da links? Heule, ich werde sterben. Mein Tod war da... Ja, das war scheiße. Dumm und scheiße. Ja, das war dumm. Ich habe nur das Leuchten sehen an der Tür und dann dachte ich, ich müsste da irgendwie hin, weißt du, ne? Und meine Nase so zu wegen meiner scheiß Allergie. Scheiß Haus-Schlubb-Allergie. Dreckscheiße, Mann. So, nochmal. Okay, dann rennen wir halt geradeaus. Komm doch, komm doch. Nein, 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 alter, alter, alter. Boah, hab ich die weggerammt. Komm, 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 komm. Hey, chillig, 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 das Game, ey. Aber bring doch mal die wahre Version dieses Spiels raus. Mit dem Hund. Wir wissen alle, dass es besser wäre mit dem Hund. Wir wissen das doch alle. Nein, Spaß, ist schon süß hier. Ist schon süß, die Katze. Das wäre echt ganz cool, ähm... Wenn die irgendwie... Wenn die vielleicht sogar Skins reinmachen, die man sich erspielen könnte für die Katze. Aber natürlich nicht zum Kaufen, sondern einfach zum Erspielen. Das wäre echt ganz cool. Weil ich weiß nicht wirklich, ich hab eigentlich so... Eigentlich so gut wie... Gar keine Ahnung bei Katzen. Alter! Aber ich find... Es gibt so... Es gibt so eine Rasse. Die haben meistens so ein... Dunkel- oder hellgraues Feld. Die sind richtig wuschelig, kuschelig. Ich weiß nicht, wie die Rasse heißt. Die finde ich irgendwie sehr schön. Ich weiß nicht, wie die heißen. Alles... Ach, meine Nase, tut mir leid. Wie gesagt, Allergie kickt rein. Alles okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doch, sollte in der Nähe sein. Weitest ist nicht mehr. Hoffentlich. Oh nein, wir sind schon wieder verletzt, Mann. Kann sie sich nicht wieder selber heilen, indem sie sich kurz das Flötchen leckt? Ja, das ist die Heilungskräfte. Das sind sie. Aha, zack, sind wir wieder... Okay, mach's klar. Was? So schnell kann's gehen. Ähm... Hier rüber? Und ich hab gesehen, dass das Spiel schon mega lange in Entwicklung war. Also es war wirklich mehrere Jahre in Entwicklung, das Spiel. Also sechs, sieben Jahre oder sowas hab ich gelesen jetzt. Schon krass. Hab ich gar nicht gedacht. Weil so groß ist das Spiel ja auch gar nicht. So ja irgendwie... Ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Trophäe, dass du das Spiel in zwei Stunden durchspielst. Das sagt eigentlich schon alles. Äh... Und so Durchschnitt ist anscheinend so sechs bis acht Stunden. Keine Ahnung, ja. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagt immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen, um den ganzen Tag zu angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich. Und das hätte ich seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelroute und einem Haufen Bücher sehen würden... Suchen würden, sorry. Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Docs suchen. Ja, wie gesagt, meine Vermutung ist immer noch, dass vielleicht der Geist sogar da drin steckt oder sowas. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein ganz normaler Roboter, der einfach nur erschaffen wurde, sondern dass da irgendwie so ein menschlicher Geist mit drin steckt. Ich weiß nicht. Könnte sein, oder? Guck mal, hier alleine das... Ich muss auch sagen, Optik ist auch nice bei dem Game. Finde ich echt ganz geil. Tja, oh, warte. Der Slayer, der Slayer, shit. Tja, wo lang? Ist das der richtige Weg? Ja, 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 beruhigt euch mal. Ach, guck mal hier. Kann ja nicht mal eine Pause machen, weil ich ja alles hier vorlese, oder? Ich müsste mal meine scheiß Nasen putzen. Wow! Warte, du bist gern Sorg. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du das gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, shame ist du schlauer Junge. Naja. Beruhig dich. Beruhig dich. Schlauer kannst du jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich bin schon seit Ewigkeiten alleine hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Deflugsort zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Soll er so ein bisschen an Doc aus... Dings erinnern, was hier? Zurück in die Zukunft, oder was? Hey, sei vorsichtig mit dem Deflugsort. Bei voller Ladung kannst du es so wie Konfetti in die Luft hier angehen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs hier ist es gefährlich, für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Deflugsort wieder aufladen können. Komm schon, folgen mir. Ich sage dir, was du tun musst. Natürlich. Natürlich. Nein, Gott, wirklich. Oh, was ist hier denn? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Aus aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Freunde, oh Gott. Wird hier wieder die Frage am Ende gestellt. Sind humanoide Roboter auch sowas wie Lebewesen? Wo ist er denn hingegangen jetzt hier? Ah, da ist er doch. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Ah, super, danke. Das Einschalten des Generators wird laut sein, aber rechnen mit einigen Zugs. Also rechnen mit einigen Zugs. Sobald ihr den Generator repariert, das sollte ich den Fluxer aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen. Ja, welchen denn? Das schwarze oder gelbe, Junge? Die Sichtlinge austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Ja, welches denn? Die trennen sich doch bestimmt gleich, oder nicht? Wir bleiben die ganze Zeit zusammen. Okay, also. Hier hinten waren wir doch schon. Und das konnte er nicht machen? Das konnte er nicht machen? Mal 10 Meter rüberlatschen? Bloß gar nichts risikoin am besten. Ja, ich will vermissen meinen Sohn. Ja, wahrscheinlich vermisst du deinen Sohn, ne? Na ja. Ey, das Ding will ich haben. Mach den Weg frei! Ja, mach den Weg frei! Ich kann da sonst nicht rüber. Sehr gut. Oh mein Gott! Wie er sich freut. Komm, kill die doch im Käfig, Mann. Die sind so hilflos. Erstaulich! Du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxo ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxo an deinen Drohnen befestigen. Sehr gut. Ja, geil, Mann. Es hat geklappt. Der Defluxo ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lasst uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Schauen wir doch mal. Lass dir ruhig Zeit. Lauf noch gemittlicher durch die Gegend. Alles gut, alles gut. Willst du mir vielleicht nur sagen, wie ich den aktiviere? Schaff all die Surgs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Okay, cool, Mann. Cool, cool, cool. Noch ein paar Schuhen, so ein neues Gameplay-Element. Ist doch ganz cool, eigentlich. Das ist bestimmt die Tür, wo wir vorhin standen, ne? Ist das Dorf oder was? Kann das sein? Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Super toll, super toll. Ach, Junge. Ein Millimeter, viel wie bei... Ich sag's aber nicht. Scheiße. Der checkt gar nichts. Der checkt einfach gar nichts. Wenn das einer der schlauen Roboter sein soll, weißt du, dann ist wirklich alles verloren. Alter, wie viel denn noch? Alter, wie schnell überhitzt der ja krank. Ey, wie viel denn noch? Oh mein Gott! Wie viel denn noch, ey? Was ist das? Oh, meine Nase macht mich so fertig, ey. Oh. Wie viel? Ey, jetzt hab ich mich verscheißen, eigentlich. Du kannst das Gefühl zweieinhalb Sekunden aktivieren und dann bist du schon weg. Natürlich schlupft noch einer durch. Komm. Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja, dann lass uns auch gehen. Ihr müsst das nicht 25 Mal immer wiederholen, was man machen muss. Das ist ja jetzt nicht jeder so vergesslich wie ich, okay? Alles gut. Alles gut. Kann sich ruhig ein bisschen schneller bewegen. Okay, wir haben es geschafft, anscheinend. Okay, wir haben es geschafft. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr alleine ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Surgs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Da wollte er drei Stück für, oder? Halsabschneider, du. Aber da hinten in der Ecke war ja auch noch ein Safe. Ich weiß gar nicht, wie wir den öffnen. Hier in der Ecke. Dann machen wir auch hier auch noch den Code. Hey, cool. Hey, voll geil. Der ist richtig geil, der Song. Ach, die wollte sich gerade sitzen. Ah, okay. Und Momo denkt sich wahrscheinlich, wo bleibt der hier? Ja, cool, Mann. Komm, gehen wir den anderen auch noch mal ganz kurz ab. Einen haben wir noch. Unbetitelt. Oh. Diese Melodie enthält genau, enthält genau 44 Noten. Ach, sehe ich ja jetzt erst, dass er sich eine Gitarre... Ist das ein Benzinkanister? Sieht aus wie ein Benzinkanister. Okay, der ist absolut schrecklich. Guck mal, hier ist ja auch noch ein Automat. Gar nicht gesehen die ganze Zeit. Immer vorbeigelatscht. Ist aber jetzt... Die zweite. Ach, Mist. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Hier der Safe. Der fehlt auch noch. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen, aber du hast... Warte mal. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zurgs hier reinkommen. Ach. Scheiße. Das ist natürlich doof jetzt. Das ist natürlich doof jetzt. Hm. Haben wir alles erledigt? Nein, haben wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist halt die Frage, ob wir... Ähm... Ob wir... Wenn wir... Wenn wir jetzt die Zurgs bekämpft haben oder sowas, ob wir dann nochmal zurückkehren können. Zu süß! Zu süß! Ich überlege... Zu versuchen, kurz einen dieser... Also den letzten... Den letzten... Ähm... Dass sich das lohnen würde. Warum kann man den hier als einzigen eigentlich nicht ansprechen? Hm. Vielleicht habe ich auch in den Zwischen... Zwischenlevel, wo wir drinnen waren, vielleicht ist er übersehen, weißt du? Ein Automaten. Oder könnte vielleicht ein Automaten oben auf den Dächern sein? Könnte natürlich auch sein, ne? Hm. Ach. Schade. Na egal. Komm, ich will jetzt nicht allzu viel Zeit hier ver... Mit Sucherei ver... Verbringen. Lass einmal nochmal kurz rumrum wenigstens gehen. Um zu schauen, was uns hier noch abgeht. Dann mach ruhig die Tür zu, dann ist halt so. Tschüssi. Tschüssi. Ich kann nicht glauben, dass du... Dock gefunden und den Fluxor bekommen hast. Damit können wir jetzt... Balthasar finden. Los geht's. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Die Kanalisation. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Was hat er gesenkt? Voll die... Voll die... coole Stimme gerade. Wenn wir zu den anderen Leuten wollen, müssen wir durch die Kanalisation gehen. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keinen Geruchssinn habe. Ja. Was redet der, Junge? Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Na klar können wir das. Oh, die Eier platzen bestimmt auf, oder? Mensch, Alter! Reingeschissen! Jungs, aber die Ladezeilen, die müssen instant sein auf der PS5. Was ist denn da los, Mensch? Zwei Sekunden, das ist zu lang. Oh, was ist halt so? Ja. Yippie Yippie Okay Sonst ist ja nichts mehr Ich war noch nie so weit weg von den Slums, weil du hier bist, hab ich nicht einmal Angst, mein Gott Lese muss gelernt sein Achso, ich sagte, er sagt irgendwas Neues Momo, dein Genuschel versteht keiner Schöne Musik, schöne Musik Ich würde sagen, wir kommen gleich zum Ende der Folge Ja 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 gut okay dann würde ich sagen machen wir schluss und beim nächsten weiter freunde wenn euch das ganz gefällt unterstützt mich gerne mit einer bewertung auch gerne mit einem kommentar und schaltet beim nächsten mal ein tschüss